Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Von Reolink eine Videotürklingel. Und dann würde ich sagen, geht es gleich weiter nach dem Intro. Der heutige Sponsor des Videos ist Reolink selber. 15 Jahre Sicherheit Reolink. Und ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Geht mal auf die Seite, findet ihr richtig viele Produkte. Auch zu tollen Preisen. Die haben richtig viel. Also die haben hier Akkukameras, WLAN-Kameras. Also ganz, ganz viel. Also alles, was für Überwachung zuständig ist. Dual-Kameras, das Cloud-System. Hier haben wir nochmal Sonderangebote. Geht ruhig mal auf die Seite, schaut euch das an. Geht über den Link rein. Ja, wir öffnen das mal und schauen mal in den Karton rein, was alles für drin ist. Einmal öffnen. Und das will ich aber nur kurz anreißen, was für drin ist. So, hier ist noch was drin. Das gucken wir uns gleich im Detail an. Und dann, ja, hier ist ganz viel Schrauben und und an. So, hier ist richtig viel zu sehen. Wir öffnen jetzt mal das hier. Ja, hier ist die Anweisung, wie man das verbinden kann. Hier ist eine Erklärung auch auf Deutsch. Und den Quick-Start-Guide. Alles, was dabei ist. Und dann, ja. Hier ist eine Befestigung für die Klingel. Hier ist dann auch die Kamera. Und dann wird hier auch das Kabel festgemacht. Und das LAN-Kabel. Und hier kommt auch eine Mikro, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, eine Mikro-SD-Karte rein. Das ist die Klingel selber. Die kommt einfach in eine Steckdose rein. Hier ist ein Netzteil. Mit Klingel. Dann haben wir hier nochmal ein Verlängerungskabel. Das öffnen wir mal. Das kommt dann hier rein. Und das geht dann raus zu dieser Klingel. Hier sind die beiden Schrauben. Hier ist auch die Reset-Taste. Das wird dann befestigt. Das machen wir aber in einem separaten Video, wie das Ganze befestigt wird. Hier ist dann das LAN-Kabel. Hier haben wir noch Zusatzkabel. Aber das würde ich dann im nächsten Video genauer erklären, wofür was ist. Und hier haben wir dann die Befestigung für die Klingel. Das ist hier unten ein Mikrofon, bzw. Lautsprecher. Und hier ist so ein kleiner Lichtsensor. Ich nehme mal diese Schutzfolie ab. Und dann könnt ihr das genau sehen. Hier haben wir das mal auf Deutsch. Den Lieferumfang. Die Türklingel. Dann haben wir das hier. Denn ein Eckkeil. Das ist der hier. Eine Montageplatte. Und eine Schablone müsste auch noch dabei sein. Denn ein Netzwerkkabel. Denn ein Netzadapter. Stromverlängerungskabel. Schrauben. Kurzanleitung. Ja. Hier ist das ein bisschen umfangreich. So. Dann haben wir hier. Ich muss mich. Hier haben wir die Mikrofone. Dann haben wir hier das Objektiv. Hier haben wir den Taglichtsensor. Und wenn wir hier umdrehen. Anschluss für LAN-Kabel. Mikro-SD-Karte. Reset-Taste ist hier oben. Und das sind die Verdrahtungsschrauben. Und dann wird das Ganze per LAN einmal angeschlossen. Und dann gibt es hier diesen QR-Code. Dann müsst ihr die App von RioLink runterladen. Wenn wir über den Google Play Store oder über den App Store. Und dann müsst ihr auch mit dem QR-Code, der hier drauf ist, einmal einscannen. Und dann könnt ihr das einrichten. Also man kann das mit dem PC optional einrichten. Das ist kein Muss. Hier wie denn die Schablone, beziehungsweise die Winkel oder die Montageplatte benutzt wird. Und dann wird das so verbunden. Aber das erkläre ich euch im nächsten Video. Damit ihr das sehen könnt. Wie gesagt, ihr müsst da auch ein Loch nach außen. Damit die Verdrahtung rauskommt. Zur Klingel. Und so sieht das dann auch alles aus. Wie gesagt, der Keil ist nur optional. Das hängt nicht klar von eurer Tür oder von der Wand ab. Wo das befestigt werden soll. Und gegebenenfalls muss es auch noch das Netzwerk haben. Dann gibt es hier noch die Spezifikationen. Und noch die Richtlinien. Was man so alles braucht. Und dieser Haken. Das ist dann, um die Türklingel wieder zu entfernen. Dann müsst ihr von unten reinpixen. Und dann könnt ihr sie rausnehmen. Das soll es ja auch gewesen sein. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat. Denn ein Daumen hoch. Liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat. Drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Es sch� �eps. Und zwar, ich habe euch das Gefühl. Ich konnte mich hat. Und zwar.